Musik 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 Ich denke beide haben sich gut vorbereitet und ich glaube auch beide werden uns überraschen können. Musik 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 Und dann kommt der Swap auf Sebastian und Sebastian stirbt bei Organa in gar keiner Zeit. Attackman ist mit überhaupt keinem Schaden auf der anderen Seite von der Wand und da kommt der Engage, der Miss Fortune Ultimate diesmal nicht gut gesessen und der Binding auf dem Superman, den ich überhaupt kenne schon gesagt, einfach stirbt. Musik Ja, da kommt die nächste Creepwave, mal schauen, Cog'Maw hat euch wieder seinen W an und äh, Glamet scheint nicht gegaget zu wollen. Da kommt der Arrow, der Arrow landet sogar auf Cog'Maw, das ist perfekt, Nocturne ist an ihm dran, direkt ein Exhaust drauf auch, aber es sieht nicht so aus, wenn sie genug Schaden haben, Tabune dreht sich um, kann jetzt kämpfen, es ist nur Nocturne an ihm dran. Musik Das dritte Spiel haben wir nicht so gut gespielt, das hätten wir viel besser spielen können. Musik 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 Und da kommt der Ultimate auf, äh, äh, Play-In, der gut rausfällt, Furchi ging direkt nach, Morgana fällt sofort, konnte nicht viel machen, Janna Ultimate von ESC bringt auch nicht so viel Play-In, ist da und Fiora ist mittendrin, alles explodiert, Mundo fällt. Uh, Farmy geht rein, sehr schöner, Pulverized Headbutt, äh, Play-In ist komplett raus, Dollar Draw springt zwar rein, aber Play-In wird sogar durch sein, Heal kaputt gemacht, und Dollar Draw ist jetzt auch extrem low, fällt am Twitch passiv, und Ximi hängt an Luke dran, macht eine ganze Menge Schaden, noch eine Rakete, aber das ist Silence, und, ja, der Auto-Attacker hat gereicht. Musik Musik Macht's gut, bis zum nächsten Mal, adieu. Musik Musik